Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 219. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich der nicht minder wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja und wir sind in der zweiten Folge des Monats November. Noch habt ihr Gelegenheit am Gewinnspiel teilzunehmen, das wir in der letzten Folge ausgelobt haben und die Rückmeldungen sind bombastisch, möchte ich mal behaupten. Ganz ganz viele E-Mails haben uns erreicht und das macht uns auch besonders viel Freude, wenn ihr Spaß an den Gewinnspielen habt, die wir so durchführen. Und damit es dann jetzt auch weitergeht und wir ein wunderbares Thema behandeln können, was ich ganz furchtbar spannend finde und im Rahmen der Recherche immer spannender wurde, fand ich eigentlich. Ja, oh ja, ein absoluter Krimi. Ja, machen wir jetzt einfach mal weiter in der Sendung und dann kommen wir hoffentlich bald zum eigentlichen Thema. Ja, in der heutigen Story geht es auch ein bisschen schon um Richard III., der ja heute in der Sendung auch das Thema ist. Aber vor allem geht es um Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes seines Zeichens und ein wirklich anerkannter, großartiger Shakespeare Darsteller, den wir in Hamlet mal bewundern durften, allerdings nur im Kino und nicht im Theater. Aber es war großartig, genau. Auf jeden Fall, dieser großartige Schauspieler ist nicht nur um tausend Ecken ein Cousin von Richard III., um den es heute geht, in der so und so vierten Generation, in der 16. meine ich. Übrigens ist das Fakt. Das ist Fakt, also genau, das braucht ihr nicht zu recherchieren, das ist noch nicht die Frage der heutigen Story, aber dieser großartige Schauspieler verkörpert nicht nur Helden auf der Leinwand und im Fernsehen, sondern ist auch einer im wahren Leben. Er hat nämlich vor einiger Zeit und das auch noch außergewöhnlicherweise ganz in der Nähe der Londoner Baker Street, wo ja die fiktive Figur des Sherlock Holmes, die er verkörpert, ihren Wohnsitz hat, einen Deliveroo Lieferanten, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, vor vier Gaunern gerettet, die ihn überfallen wollten. Er war da mit seiner Frau zusammen in einem Taxi unterwegs und ist dann herausgesprungen, als er das gesehen hat, dass eben diese vier Personen den Mann überfallen wollten und hat sie verjagt. Also der Fahrer dieses Uber-Gefährts hat auch noch ein bisschen mitgeholfen, aber Bernadette Cumberbatch ist ihm da wirklich richtig zur Seite gesprungen und hat diese Gauner vertrieben, die das Fahrrad stehlen wollten und auch noch andere Dinge stehlen wollten und hat so verhindert, dass dieser Überfall tatsächlich durchgeführt werden konnte. Und ja, eventuell habe ich euch jetzt einen Bären aufgebunden oder Fake News verbreitet, die natürlich wunderschön ins Bild passen würden, das wir von Bernadette Cumberbatch haben oder aber die Geschichte ist tatsächlich wahr. Und Bernadette Cumberbatch ist vor und hinter der Kamera ein Held. Klären wir natürlich am Ende der Sendung auf, wie es sich damit verhält, mit dem Heldentum von Bernadette Cumberbatch und steigen dann jetzt mal in das eigentliche Thema der Sendung ein. Thema der Woche Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd! Nein, nicht ein Königreich, mein Königreich für ein Pferd, denn diese Worte wurden von einem zumindest übergangsweise König gesprochen, von Richard III., der in den Rosenkriegen im 15. Jahrhundert zwischendurch mal den, Nein, er hat nicht eigentlich selber den Sieg davongetragen, sondern er hat sich die Krone geschnappt. Aber ich greife vor. Genau. Und dieses Zitat, ob er es denn wirklich gesagt hat oder nicht, weiß man nicht so genau, aber es ist eines der ganz, ganz, ganz bekannten Shakespeare-Zitate und auch eines von den Zitaten, die Menschen kennen, die gar nicht Shakespeare kennen. So ähnlich wie, es ist was faul im Staat der Dänemark. Übrigens aus dem Stück Hamlet, was wir ja auch mit Bernadette Cumberbatch gesehen haben, weil das Stück spielt tatsächlich in Dänemark und es gibt dann einen Wächter vor dem Schloss. There's something rotten in the state of Denmark. Genau, also Shakespeare bis heute ein großer Einfluss auch auf die deutsche Sprachbilder, natürlich auch auf die britische Sprache im Allgemeinen. Unsere ganze Kultur, selbst hier in Deutschland. Und es gibt einige britische Könige, ja auch Shakespeare-Stücke, neben den vielen Stücken wie Hamlet und anderen Stücken. Diverse Heinriche. Richard III, also Richard III, also auch eins der ganz bekannten Theaterstücke und ich glaube, wir müssen in dieser Episode, wir können nicht alles besprechen, was man besprechen müsste, wenn man über Richard III spricht, weil dann würde die Sendung einfach zu lang werden. Deswegen sei nur kurz angerissen, dass Richard III, unter anderem, dass ihm nachgesagt wird, dass er zwei junge Kinder. Ja, also es geht um das Ende des Hauses Plantagenet und es geht um die Rosenkriege. Ich muss mal wirklich, also ich habe es vorhin nochmal versucht irgendwie zusammenzufassen, aber es ist so unfassbar kompliziert, was da in der englischen Geschichte abgelaufen ist. Kurzum, Rosenkriege, House of York gegen House of Lancaster sind zwei Linien des Hauses Plantagenet, die um die Krone gekämpft haben. Das Ganze hat sich über Jahrzehnte hingezogen. Und es war immer wieder mal so die Balance zwischen Lancaster und York. Richard III, seines Zeichens Vertreter des Hauses von York, war König von 1483 bis zu seinem Tode 1485. Nicht sonderlich lange. Nicht sonderlich lange. Und derjenige, der dann am Ende sozusagen den endgültigen Sieg davonträgt, ist dann nicht mehr aus dem Hause Plantagenet, sondern aus dem Hause, also ganz entfernte Linie, aus dem Hause Tudor. Hat zwar auch irgendwie mit dem Haus Plantagenet zu tun, aber es ist ein anderer Zweig auf jeden Fall. Und ist über seine Mutter, also Heinrich VII. aus dem Hause Tudor, ist über seine Mutter ein Lancasterianer. Also hat im Prinzip, wenn man so will, die Rosenkriege endgültig besiegelt, das Haus Lancaster, wenn man so will. Und damit war dann die Herrschaft der Tudors geboren. Gestorben ist er 1485 auf dem Schlachtfeld. Das werden wir nachher noch näher beleuchten. Und für Jahrhunderte letztendlich war sicherlich das Theaterstück von Shakespeare über Richard III. etwas, was im kollektiven Bewusstsein der Menschen zumindest die Figur Richard III. beschrieben und definiert hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Genau, er war oder ja, er ist für manche Leute vielleicht heute noch im Einklang eben mit dieser Wahrnehmung durch Shakespeare, dieser Schilderung, durch und durch ein Bösewicht. Und der Knackpunkt an der ganzen Geschichte war, dass er von seinem Bruder Edward IV. dazu bestimmt wurde, der Vormund von dessen Söhnen zu sein. Unter anderem eben auch vom Thronfolger Edward V. Statt aber dann für Edward V. zu regieren, hat er sich die Krone selber angeeignet. Das war der Punkt, den ihm halt viele Menschen übel genommen haben. Dazu kam eben noch, dass diese beiden Söhne im Tower aus irgendwelchen Gründen auf einmal verschwunden sind. Ja, was man eben sagen muss, ist, dass Richard III. nach dem Tod von Edward die Kinder tatsächlich beaufsichtigen sollte. Das war sein Auftrag. Und eigentlich sollte der Sohn von Edward IV. König werden. Der war aber noch minderjährig, also das ging noch nicht. Edward V., genau. Und damit sie in Sicherheit sind, hat er sie in den Tower gebracht. So viel steht mal fest. Heute, der Tower von London ja eher als Gefängnis auch bekannt. Und da schreiten sich tatsächlich dann die Geister, ob er sie da eingesperrt hat oder in Sicherheit in London gebracht hat. Darüber wird gestritten. Und letztendlich sind diese Kinder verschwunden. Und das Verschwinden des Thronen-Erben am Ende hat dazu geführt, dass Richard III. König werden konnte. Über die Kinder im Tower, über die beiden Geschwister im Tower, werden wir vielleicht sogar noch mal eine eigene Huxeler-Folge machen. Wer da mag, kann da auch sich mal einlesen. Und da gibt es Literatur ohne Ende, Internetquellen ohne Ende und auch Schuldige ohne Ende, die da gefunden werden. Also ein sehr, sehr mysteriöser Fall des Verschwindens dieser beiden Kinder. Aber darum soll es gar nicht gehen heute. Es gibt in der Shakespeare-schen Darstellung noch einen ganz anderen, sehr, sehr wichtigen Punkt, weil sich die Niederträchtigkeit oder die Niedertracht von Richard III. nicht nur in seinen Taten niederschlägt, sondern auch als äußeres Zeichen in seiner körperlichen Erscheinung zeigt. Er wird als buckliger, missgestalteter Mensch geschildert. Er schildert das in Monologen in Shakespeare's Stück sogar selber von sich, wie schrecklich er anzusehen ist. Und die Hunde würden bellen, wo er vorbeikommt. Und somit ist eben diese Missbildung, diese körperliche, ein äußeres Zeichen der inneren Bösartigkeit, wenn man so möchte. Genau, bucklig mit einem verkrüppelten Arm wird er beschrieben in diesem Theaterstück. Und da geht es gar nicht so sehr darum, bevor wir da böse Zuschriften bekommen, dass jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung gleich böse ist. Aber man muss da den Kontext sehen, Könige waren im Prinzip perfekt. Und ein König, der solche körperlichen Missgestalten hatte, war zumindest mal dubios. Naja, in der damaligen Zeit und in den damaligen Darstellungen war es schon so, dass man sozusagen das Böse aus dem Inneren auch in äußere Zeichen übertragen hat. Also das dann schon. Und nochmal potenziert, wenn das jemand von königlichem Blute ist, weil die Könige ja von Gott gesandt dann letztendlich waren. Eben, genau. Und wir wollen da jetzt natürlich überhaupt keine Wertung vornehmen, aber es ist ein Fakt, dass es eben in der Darstellung so gehandhabt wurde. Und was man eben auch nicht vergessen darf, so ein ganz wichtiger Fakt ist, ist, dass das, was Shakespeare in seinen Stücken geschrieben hat, auch ein Stück weit natürlich den Umstand geschuldet ist, dass das Haus Tudor ihm seine Arbeit ja finanziert hat. Und das Stück Richard III. ist gut 100 Jahre nach dem Tod von Richard III. entstanden, der gut belegt ist. Und es war natürlich den Tudors durchaus recht, den politischen Feind oder Mitanspruchhaber auf den Thron ein wenig schlecht aussehen zu lassen. Und man kann natürlich vermuten, dass man durchaus Shakespeare gesagt hat, ja, hier, das war ein Schweinehund. Wenn du ein Stück schreibst, mach das mal so. Oder aber umgedreht vielleicht gar nicht so bewusst, sondern dass Shakespeare tatsächlich Impuls der Zeit und vor dem bestehenden Königshaus das von sich aus geschrieben hat. Und man konnte vielleicht gar nicht ahnen, was für einen Impact würden wir heute sagen, die Stücke von Shakespeare am Ende dann doch auch gehabt haben. Und nochmals so ein halb 100 Jahre vergangen, als Shakespeare das Stück geschrieben hat, was das Bild geprägt hat. Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es handelte sich da um Propaganda. So kann man das sagen, ja klar. Das ist das Haus, was dann letzten Endes in dieser entscheidenden Schlacht von Bosworth den Sieg davon getragen hat, hat natürlich bestimmt, wie das dann hinterher geschichtlich und politisch eingeordnet wurde. Insofern muss man immer sagen, Geschichte ist ein spannendes Fach, aber insbesondere ein Fach, was man immer nur haben und interpretieren kann, mit dem die Geschichte geschrieben haben. Und das ist schon auch relativ spannend. Jetzt könnte man ja fragen, warum zum Henker erzählen die jetzt sowas bei Hoaxilla? Warum reden die jetzt über irgendwelche Shakespeare-Stücke bei Hoaxilla? Was soll das Ganze? Hier setzt nämlich ein Geschichtskrimi und ein archäologischer Krimi an, der sich erst in den letzten Jahren abgespielt hat und sozusagen 2015 seinen Höhepunkt in der Beerdigung von Richard III. gefunden hat. Genau. Und es sind einige Dinge im Verlauf dieser Zeit, also im Verlauf dieser mehreren hundert Jahre passiert oder eben auch nicht passiert, die dafür gesorgt haben, dass die Forscher, die sich ja immer mit Richard III. und seiner Darstellung auch bei Shakespeare und den historischen Fakten beschäftigt haben, ziemlich verwirrt waren und sozusagen gewisse Forschungsfragen nicht abschließend klären konnten. Wir haben Genealogie des britischen Königshauses ist ein Thema, was einfach so unfassend komplex ist, dass wir das nicht aufgreifen können. Aber kommen wir mal so ein bisschen zum Kern der heutigen Episode. Was wir relativ gut wissen, ist, dass Richard III. am 22. August 1485 in Bosworth im Staate Lesteshire ums Leben gekommen ist im Rahmen einer Schlacht. Es wird relativ genau beschrieben historisch, wie er ums Leben gekommen ist, nämlich, dass er Treffer an den Kopf bekommen hat, an denen er gestorben ist. Und warum ist sowas gut beschrieben, kann man sich ja auch fragen, weil er natürlich amtierender König war und seinem Konkurrenten in Bosworth entgegengetreten ist und mit seinem Tod im August 1485 sein Konkurrent den Thron ergreifen konnte. Noch detaillierter, wie ich jetzt erfahren habe, das war mir auch nicht so ganz klar, hat Henry Tudor, der dann später Heinrich VII. werden sollte, sozusagen seine Thronbesteigung auf den Vorabend der Schlacht vordatiert, damit er dann hinterher Richard III. und seine Anhänger als Hochverräter bezeichnen konnte. Also auch das irgendwie so ein Trick, den er da angewandt hat. Kurzum, Henry Tudor war siegreich, Richard III. ist in der Schlacht gefallen. Er muss irgendwie seinen Helm verloren haben, Treffer am Kopf kassiert. Er ist dann nach der Schlacht nackt ausgezogen worden. Man wollte natürlich den Jorkisten zeigen, dass ihre Sache verloren war und wollte den Leichnam des ehemaligen Königs ausstellen. Man hat wohl auch vermeiden wollen, also kann man dann hinterher mutmaßen, sein Gesicht irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen. Weil man eben nochmal nachweisen wollte, man hat jetzt wirklich den Richard III. erwischt. Und man hat ihn dann also nackt ausgezogen, man hat ihn ausgestellt und dann hinterher, heißt es bei mehreren Geschichtsschreibern, hätte man ihn bei den Greyfriars im Kloster im Chorraum der Kirche begraben, in einem ganz einfachen Grab. In Leicester. In Leicester, genau. In der Stadt Leicester, das ist ganz entscheidend. Also Bosworth. Ganz in der Nähe von Bosworth, genau. Genau, vor Leicester. Und in Leicester ist er beigesetzt worden. Und danach verliert sich die Spur. Beziehungsweise es gibt dann unterschiedliche Berichte. Also man hat wohl sehr, sehr lange Zeit gewusst, wo der Ort ist, an dem er liegt. Wobei 1538, da war dann inzwischen schon Heinrich VIII dran, die Klöster aufgelöst wurden und auch viele von ihnen zerstört wurden. Heinrich VIII hatte Ärger mit der römisch-katholischen Kirche. Aus Gründen, die ehetechnischer Natur waren. Er wollte sich scheiden lassen, das funktionierte nicht. Genau, er wollte Anne Boleyn ehelichen, war aber bereits verheiratet. Also lange Geschichte. Klöster wurden zerstört. So auch ein Monument, das wohl noch Heinrich VII. dann doch ein paar Jahre später für Richard III. gestiftet hatte. Was lange Zeit wohl dann irgendwie sein Grab markiert hat. Entweder es ist dann irgendwie verrottet oder es ist auch zerstört worden, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall deutete dann nicht mehr allzu viel darauf hin, wo Richard III. lag. Und dann 1611 gab es einen Herrn namens, ich will jetzt nicht lügen, Speed meine ich. Ja, Speed. Der sagte, ja, man hätte ihn dann ausgegraben und in den Fluss geworfen in der Nähe von Leicester. Nämlich in den Fluss, so. Also Klöster wurden aufgelöst, aus Grab bestrieben, abgerissen. Und dann war sozusagen das bestehende Wissen, dass man im Rahmen der Zerstörung der Klöster, um auch noch mal Richard III. zu demütigen, seine Gebeine entnommen wurden und in den Fluss geschmissen wurden, damit also ganz klar er nicht mehr auffindbar war, das Grab sozusagen geschändet worden ist. Und damit dann endgültig verliert sich zunächst mal historisch die Spur von Richard III. Also es gab immer ein paar Forscher, die gesagt haben, ja, das ist ein Bericht, der ist nicht so ganz zuverlässig, aber man wusste es halt nicht. Vielleicht noch erwähnenswert kann man sagen, dass Richard III. tatsächlich der letzte britische König war, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Das ist auch ganz interessant. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Er ist alle anderen Könige danach nicht mehr auf dem Schlachtfeld gestorben. Anfänglich zwar noch mit dabei auf dem Schlachtfeld, aber immer mehr in zweiter Reihe. Nicht mehr, wie einige Historiker sagen, die Könige des Mittelalters, die vorne dem Heer vorgestanden haben in den Schlachten, hin zur Neuzeit. Es gibt einige Historiker, die für Großbritannien zumindest das Ende des Mittelalters mit dem Tod von Richard III. verbinden und sagen Neuzeit, dann eben die Herrschaft der Tudors, wo sich viele Dinge ändern. Das ist ja immer strittig. Genau, also manche sagen Buchdruck, manche sagen 1492 Entdeckung Amerikas, manche nehmen eben dieses Datum. Aber es ist so alles um den Schlag rum, dass sich irgendwas wandelt und natürlich auch bei den Königshäusern und Richard III. der letzte britische König, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Tantagenet war damit passé. Es sind keine Könige mehr auf dem Schlagfeld gefallen. Tudor war dran. Also es war wirklich so eine Zeitenwende, wenn man will. So, verschollen. Man wusste zwar das Kloster grundsätzlich, Greyfriars, wo er beigesetzt worden ist, abgerissen. Dann gab es noch ein Stück auf dem Gebiet. Speed hatte Karten anfertigen lassen, die aber, wie man heute weiß, auch nicht unbedingt sonderlich genau war. Da gibt es auch Stimmen, dass er als sehr bekannter Kartenanfertiger gar nicht wirklich überall vor Ort war, sondern wie so ein Ghostwriter oder wie man es auch Stephen King nachsagt, nicht alles selber geschrieben und gezeichnet hat. Da wollen wir nicht uns da verlieren. Und dann gibt es, bei so nach vorne spulen, irgendwann so eine Entwicklung in Großbritannien und quasi auch weltweit von Menschen, die die historische Figur von Richard III. zunächst mal anders bewertet haben wollten und nochmal recherchiert haben. Und irgendwann gesagt haben, die historische Figur Richard III. weicht doch sehr ab, von dem man Shakespeare geschrieben hat. Und daraus hat sich dann irgendwann die sogenannte Richard Society gegründet. Genau, die Richard III. Society, die tatsächlich, also jetzt nicht so furchtbar viele Mitglieder haben, aber ein paar tausend weltweit. Und die haben, also das ist nicht nur Spinnerei, was die betrieben haben, sondern die haben tatsächlich geschichtliche Quellen gewälzt und waren immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Richtigstellung, weil sie gedacht haben, ja, Shakespeare hat vielleicht da doch ein bisschen Politik im Sinne der Tudors betrieben. In seinem Stück. Sie haben zum Beispiel auch Berichte eingesehen, die es durchaus tatsächlich gab, historische Quellen, wo eben nicht von Menschen, die Richard III. getroffen haben, darüber berichtet wurde, dass ihnen da ein buckliger Mensch entgegenhumpelte, sondern die ihn zwar als nicht allzu groß und recht grazil, also jetzt nicht unbedingt so einen kompakten, super männlichen, bulligen Typen beschrieben haben, aber als jemanden, der sich auf dem Schlachtfeld durchaus hervortun konnte und der trotz seiner grazilen Erscheinung ein guter Kämpfer war. Was ja auch für die damalige Zeit, man muss jetzt mal überlegen, wer man König ist oder gewesen ist in der damaligen Zeit, sicherlich auch zum Erlernen des Berufes im Adel ja auch gehört hat, also Reiten lernen, die mittelalterliche Waffenkunst, denn entgegen langläufiger Meinung, wenn man heute Filme sieht, laufen da Leute in Rüstung einfach aufeinander zu und hauen sich möglichst doll. Es gab tatsächlich bestimmte Kampftechniken, die auch notwendig waren, um in diesen Rüstungen mit den entsprechenden Waffen kämpfen zu können, ähnlich wie die Gladiatorenkämpfe im antiken Rom, wo es ja auch relativ klare Regeln gab, im Sinne von, wenn ich mit einer bestimmten Waffe oder als bestimmter Kämpfertyp kämpfe in den Gladiatoren kämpfen, muss ich diese Kampfart lernen. So muss man sich das im Mittelalter auch vorstellen und das hat sicherlich zu dem Leben von Richard III. gehört, das alles zu lernen. Zumal man ja weiß, dass er sich schon als sein Bruder, Edward IV. an der Macht war, durchaus auf dem Schlachtfeld hervorgetan hat. So, natürlich, genau. Also Ritterberuf wurde ja auch letztendlich gelernt über mehrere Jahre für den König dann halt umso mehr nochmal geltend. Jetzt kommen wir in die Moderne, kommen in die 2000er Jahre. Wir haben die Richard III Society schon genannt, die Mitglieder, die sich gerne auch mal liebevoll Ricardians nennen, die also sagen, der war gar nicht so schlimm. Und dann gibt es eine ganz zentrale Figur in dieser Richard III Society, nämlich Philippa Langley. die als Sekretärin da gearbeitet hat, als Organisatorin in diesem Verein, in dieser Organisation. Und die hatte dann irgendwann die Idee, weil sie mit Freunden nur recherchiert hat und also sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, dass sie herausgefunden hat, wo Richard III in Leicester begraben sein könnte. Also wo im Prinzip diese Blackfriars-Klosterkirche sich befindet in der Stadt. Ja. Und damit eben auch so ungefähr die Stelle, an der man sozusagen graben müsste, um, wenn sie dann tatsächlich nicht in den Fluss geschmissen wurde, die Leiche beziehungsweise die Gebeine zu finden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass man nicht genau wusste, wie die Gebäude sozusagen in diesem Areal angeordnet sind. Also das Areal ließ sich über die Zeit hinweg mit verschiedenen Karten ganz gut nachverfolgen. Hat zumindest erst mal Philippa Langley behauptet. Und ich meine, wir kennen ja heute auch alle die Geschichten von Menschen, die sagen, ich weiß, wo das Bernsteinzimmer liegt, man muss da nur graben. Also das muss man sich jetzt mal gerade erst mal so vorstellen, dass sie also relativ plausibel das begründen konnte. Aber sie ist natürlich keine Archäologin gewesen. Und sie hatte auch nicht das Geld. Und hatte nicht das Geld. Und außerdem gräbt man nicht einfach mal so. So. Und dann ist sie an die University of Leicester herangetreten und hat mit einem der führenden Archäologen dort, der Chefarchäologen, so wird es zumindest heute überliefert, ein anderthalbstündiges Telefonat geführt. Und hat am Ende zumindest soweit das Interesse des Archäologen geweckt gehabt, dass man gesagt hat, okay, man könnte sich eventuell vorstellen, dort zu graben. Und am Ende war der Chefarchäologe Richard Buckley sein Name zumindest soweit interessiert, dass er sich gedacht hat, naja, was sie so erzählt hat, klingt ganz spannend. Und man könnte ja eventuell, wenn man die Mittel dafür bekommt, an der Universität geht es auch immer darum, dass irgendwas finanziert wird, mal graben an der Stelle. Und im besten Fall finden wir tatsächlich noch Fundamente dieses Klosters. Und das ist für einen Archäologen, der seit vielen Jahren in Leicester arbeitet, wäre das schon auch mal ein Fund. Die Tatsache, dass man die Gebeine von Richard III. hätte finden können, war völlig absurd. Und außerhalb der Welt, das hat auch niemand ernst genommen. Und das ganze Areal war zum Teil ein Parkplatz und zum Teil ein Gebäude, ich glaube vom Social Service irgendwie in Leicester. Und es war natürlich schwierig, aber machbar auf diesem Parkplatz zu graben. Wäre es dann ans Gebäude gegangen, wäre das Ganze schon eine Nummer gravierender gewesen. Und insofern hat man sich dann erst mal überlegt, wo man ungefähr ansetzen könnte. Und das finde ich, wird so schön beschrieben, weil man zumindest ja wusste, dass diese Kirchen, also diese Klosterkirchen, so in Ost-West-Lage angeordnet sind. Also dachte man sich, man gräbt dann so einen langen, schmalen Graben mal Nord-Süd und versucht dann eventuell irgendwelche Mauern zu kreuzen. Natürlich irgendwelche Kabel und Rohre zu vermeiden, die man irgendwie nicht beschädigen will. Aber dann, wenn man die Mauern kreuzt, dass man dann ungefähr feststellen könnte, wo man sich dann eben auf diesem ehemaligen Klosterareal befindet und sich dann orientieren könnte. So hat man sich das also überlegt. Ach so, wir haben unterschlagen, dass Philippa Langley erst noch sozusagen per Crowdfunding das Geld aufgetrieben hat unter den Ricardians. Genau, man hat dann also tatsächlich Forschungsmittel auftreiben wollen. Jeder, der das mal versucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Genau, das ist dann gescheitert. Also man wollte nicht, ich glaube 10.000 Pfund war die Summe, die man benötigt hat, um die Grabung durchzuführen dort. Das wurde nicht offiziell finanziert und Philippa Langley hat dann die Ricardians, also die Mitglieder der Richard III Society, angeschrieben und dann quasi über diese Mitglieder ein Crowdfunding gestartet. Und das Geld kam tatsächlich zusammen. Ob, da müsste man nochmal genau nachschauen, ob es tatsächlich alles darüber finanziert wurde oder wie hinterher gesagt wurde, nur die Voruntersuchungen zur Grabung von der Richard III Society finanziert wurden. Und das sei mal dahingestellt, aber sie hat sicherlich so viel Geld reingebracht in das Projekt, dass man also gesagt hat, okay, wir probieren das. Also mehr als sie haben wollte. Auf jeden Fall. Und du hast gerade beschrieben, man greift einfach mal in Nord-Süd-Richtung. Jetzt muss man sich nicht vorstellen, dass sie so einen ganzen Parkplatz aufgegraben haben. Natürlich war der komplett abgesperrt, sondern eher so vielleicht einen Meterbreiten Streifen. Da sieht man dann auch, wie heutige Archäologie funktioniert. Das heißt, man macht erst mal so einen schmalen Streifen mit dieser Grundannahme, die du gerade schon geschildert hast. Also schon einige Meter lang, aber halt nicht besonders breit. So, um einfach zu gucken, finden wir da Mauern und dann kann man das sortieren. Und ich bin immer bis heute fasziniert über die Disziplin der Archäologie, wie man also anhand der Tiefe, anhand der Formationen, der Erdart, der Farbe und dieser Dinge wirklich Epochen ableiten kann. Und wir beide haben ja ein, zwei Mal schon mal das Glück gehabt, mit dem Buddler, also mit Mirko Gutjahr, der ja auch schon des Öfteren zu Gast bei uns war, mal durch historische Städte zu gehen. Das ist einfach unglaublich, wenn der sich Sachen anguckt, wie der sofort da Dinge sieht und beschreibt. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln und also Kudos vor allen Archäologen, wie sie das können. Finde ich völlig faszinierend. Kurzum, es wird, auch das sollten wir gleich mal aufgreifen, dann auch ein bisschen die Banken, sehr, sehr oft die Meer getragen. Das ist auf einem der Parkplätze, also auf einem dieser Park eingezeichnet, also Parkplätze waren so mit weißen Strichen eingezeichnet und auf einem dieser Parkplätze oder vor einem dieser weißen Parkplätze war ein R auf dem Asphalt und es wird so geschildert, dass Philippa Lengley, als sie dieses R gesehen hat, eine Gänsehaut bekommen hat und gesagt hat, hier unter dem R, da wird er liegen. Was, was biblisches, ne? Ist heute eine super Geschichte natürlich. Tatsächlich waren es mehrere Meter von diesem R entfernt, also deutlich von diesem R entfernt, wo man hinterher tatsächlich Gebeine gefunden hat, aber nicht desto weniger. Das macht die Geschichte nicht weniger abgefahren. Also ich finde, es ist einfach nur krass, was jetzt passiert. Ihr ahnt vielleicht jetzt schon, worum es hingeht, denn am ersten Grabungstag findet man sofort Unterschenkel. Und man ist sich dann unschlüssig und was ich auch nicht wusste, ist, dass man bei solchen Ausgrabungen jetzt nicht wild Gebeine heben kann, denn der erste Gedanke ist natürlich, wenn man Gebeine findet und gerade bei so einem Königshaus kommt DNA-Probe, es gibt Stammbäume, es gibt heute immer noch lebende Nachkommen dieses Königshauses, machen wir eine DNA-Probe. Und auch ein paar, die irgendwo in anderen Gräbern liegen. So kann man ja mal schnell so eine Probe machen und dann weiß man, ob diese Beine dazugehören und wenn andere Gebeine finden, machen wir die. Funktioniert tatsächlich so nicht aus ethischen Gründen und tatsächlich, so wie ich das richtig verstanden habe in der Recherche, war es tatsächlich so, dass man in dem abgefahrenen Fall, dass man belegt Beweise findet, dass Richard III. dort liegen könnte, man die Erlaubnis hatte, Gebeine zu heben und weiter zu untersuchen. Das ist also ein Riesenakt. Störung der Totenruhe, all diese Aspekte kommen da hinzu. Und wenn man so kurz darüber nachdenkt, dann macht das natürlich auch Sinn, denn man findet bei archäologischen Grabungen tatsächlich unter Umständen des öfteren verstorbene Menschen oder die Überreste von ihnen und stört da tatsächlich die Gräber. Also das ist schon auch eine kitzelige Angelegenheit. Warum erzähle ich das? Man hat diesen Unterschenkel gefunden an der Stelle, wo Philippa Lengue das vermutet hat und hat dann aber zunächst mal gesagt, okay, wir graben jetzt erstmal weiter. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben keine Ahnung, ob die Gebeine aus der richtigen Zeit stammen. Das heißt, die sind also wieder abgedeckt worden, die Gebeine, die Unterschenkel oder der eine Unterschenkel. Und man hat das erstmal ruhen lassen und hat dann weiter gegraben. Und im Rahmen der Grabung der nächsten Tage dann insgesamt wurde, wenn ich richtig informiert bin, 14 Tage ausgegraben dort vor Ort, hat sich dann herausgestellt, dass man tatsächlich die Greyfriars-Kloseranlage gefunden hat. Man konnte dann Rückschlüsse ziehen darauf, dass man auch scheinbar die Kirche gefunden hat und auch den Kirchenchor gefunden hat. Genau, den Altarraum. Und dass die Gebeine ganz offensichtlich in diesem Bereich liegen. Und nochmal zur Einordnung, also da begräbt man nicht einfach irgendwen. Es wurde zwar von den historischen Quellen, von den Geschichtsschreibern überliefert, dass er ein ganz einfaches Begräbnis bekommen hat, aber als dann doch irgendwie hochgestellte Persönlichkeit, nicht einfach irgendwo im Hinterhof, sondern an recht exponierter Stelle. Und man hatte eben dann bei dieser Grabung eben Rückschlüsse darauf, dass man da schon relativ am Anfang eine ganz gute Stelle getroffen hatte und hat sich dann eben wieder an die weitere Ausgrabung dieses Skelettes gemacht. Und dann kam der Oberkracher. So könnte man es behaupten. Also, wer dann ins Spiel kam, war Joe Appleby auch bei der Universität von Leicester beschäftigt. Sie wird als Knochen-Expertin, Osteologin, ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen gibt, also deswegen benutze ich jetzt mal den Begriff Knochen-Expertin, die dann begonnen hat, dieses Skelett freizulegen. Und erstaunlicherweise dann relativ schnell ein extrem gekrümmtes Rückgrat gefunden hat mit einer Krümmung von über 80 Grad. Also wirklich wie so eine S-Kurve. Und ganz offensichtlich diese Krümmung nicht durch Störung des Grabes, man könnte sich jetzt vorstellen, dass es ein kleines Erdbeben, eine Erdverschiebung gegeben hat und dann ist diese Wirbelsäule verschoben worden, sondern Knochen-Expertin, die ausgegraben hat, nein, das ist tatsächlich die Form der Wirbelsäule gewesen. Das konnte sie bei der Ausgrabung schon erkennen. Und was hatte man also gefunden? Einen deformierten, am Rücken deformierten Leichnam. Das war also schon mal, wo man denkt, wow, der bucklige Richard III. kommt plötzlich wieder zu Mind. Und man hat, was vorher auch nicht so ganz einzuordnen war, den Schädel in einem ganz merkwürdigen Winkel gefunden in einer etwas anderen Schicht, sodass man erst dachte, der gehört vielleicht gar nicht dazu. Und dann ist man hinterher drauf gekommen, dass er wohl in ein etwas, also der Leichnam, also nicht er, das wusste man noch nicht, in ein etwas zu kleines Grab gelegt wurde. Also die Beine waren ganz glatt ausgestreckt, aber der Oberkörper beziehungsweise die Halswirbelsäule, der Schädel waren so ein bisschen verkrümmt. so als hätte man eben die Beine, als hätte ihn dann jemand irgendwie im Grab sozusagen bis zum Becken ordentlich hingelegt und dann halt so ein bisschen krumpelig. Ja. Um es mal salopp zu formulieren. Und als man dann festgestellt hat, dass der Schädel zu dem weistlichen Knochen gehört, hat sie dann auch noch festgestellt, dass es am Schädel hinten unten eine massive Verletzung des Schädels gegeben hat, die, so wie sie sagte, dazu geführt hat, dass man sofort erkennen konnte, da muss sogar das Gehirn freigelegen haben und dass das eine tödliche Verletzung gewesen ist. Und das deutete dann nicht mehr so unbedingt darauf hin, dass das ein Mönch gewesen ist oder der Abt oder wie auch immer, der irgendwie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Somit hatte man jetzt tatsächlich an der Stelle, die Philippa Langley vermutet hat, die sterblichen Überreste eines wie auch immer zunächst mal deformierten Menschen gefunden, der mit einer schweren Kopfverletzung oder an einer schweren Kopfverletzung verstorben ist. Das konnte Joe Appleby bei der Ausgrabung feststellen. Und damit war jetzt plötzlich genug Evidenz vorhanden, um zu sagen, diese Überreste sollten tatsächlich gehoben werden, um weiter untersucht zu werden. Wobei man natürlich trotz dieses Eindrucks, den das allein schon auf die Ausgräber gemacht hat, noch nicht sicher sein konnte, dass es sich hier um Richard III. handelt. Man wusste nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau. Das war strittig, weil die teilweise Knochen auch so ein bisschen darauf hindeuteten, dass das doch sehr grazil ist für einen Mann, was man da gefunden hat in Überresten. Das Alter der Knochen war überhaupt noch nicht bestimmt. Wusste man überhaupt nicht, hätte auch aus einer ganz anderen Zeit stammen können. Also insofern, da waren natürlich noch wahnsinnig viele Unsicherheitsfaktoren zu klären. Und man muss sagen, dass Philippa Langley ja eigentlich mit dieser Ausgrabung gehofft hatte, ein Skelett zu finden, also menschliche Überreste zu finden von Richard III., die eben nicht deformiert sind, um auch zu belegen, dass die historische Darstellung von Shakespeare, historisch fiktive Darstellung von Shakespeare, getönt und nicht der Wahrheit entspricht. Und das war jetzt gerade mal nicht so. Was nun begann, war also eine sehr, sehr, sehr intensive Untersuchung dieser Knochen. Also wir können mal sagen, dass am 25. August 2012, also das ist noch gar nicht so lange her, die Ausgrabungen begonnen waren. Und das dann, wie gesagt, relativ zeitnah. Anfang September hat man das. Das Skelett dann auch gefunden. Und ja, dann müsste man jetzt natürlich untersuchen oder sich überlegen, wenn wir jetzt die Hypothese haben, das sind die menschlichen Überreste von Richard III., wie können wir denn jetzt beweisen, dass sie es sind? Genau, als erstes hat man erst mal versucht, das Alter festzustellen. Und da finde ich es total abgefahren, dass man da erst ein paar Jahrzehnte zu früh gelandet ist. Also so, ich glaube, 1460 rum. Ja. Und da schon ganz enttäuscht war, weil er ja nun mal um 1485 gestorben ist oder im Jahr 1485 gestorben ist, Richard III. Das hätte also nicht so ganz gepasst. Und dann hat man aber festgestellt hinterher, dass er wohl sehr viel Fisch zu sich genommen hat, was dann durchaus die Datierung beeinflussen kann und man dann Knochen hat, die unter Umständen älter wirken, als sie eigentlich sind. Und letzten Endes ist man dann gelandet in einem Zeitraum, ich meine von 1470 bis um 1540 rum und damit hätte dann 1485 genau drin gelegen. Also 1455 bis 1540. Also irgendwie, da gibt es immer mal leicht unterschiedliche Angaben. Jetzt muss man zunächst mal sagen, bei einer Radiokarbon-Datierung ist es ja nicht so, dass man diese kleine Knochenprobe nimmt und sagt, prüfen, ob das Richard III. ist. Und dann macht das einer und dann beweist er das oder nicht. Sondern tatsächlich, wie man wissenschaftlich hier vorgeht, ist, dass man zwei Proben an zwei unterschiedliche Institute schickt, die gar nicht wissen, was sie untersuchen. Damit stellt man auch sicher, dass man natürlich gar keine Beeinflussung vornimmt. Das ist sowas wie eine verblindete Studie. Kann man so sagen. Und nachdem dann letztendlich zunächst mal das Alter festgestellt worden ist, so wie du beschrieben hast und die Knochen eigentlich ein bisschen älter sind, als man das hätte haben wollen, dann aber tatsächlich nochmal geprüft wird, wie sind denn genau diese Inhaltsstoffe in den Knochen? Man kann nämlich heute sehr, sehr, sehr genau an bestimmten Knochenfragmenten untersuchen, was so ein Mensch in den letzten Jahren vor seinem Tod zu sich genommen hat. Und was da hinzukommt, ist, dass die verschiedenen Knochentypen im Körper unterschiedliche Regenerationsraten haben. Also Rippen regenerieren deutlich schneller im Körper als andere Knochen. Das heißt, die Rippen sind immer so der Stand der letzten drei Jahre. Andere Knochen längerfristig, weil die nicht so schnell sich regenerieren und die Zellen sich erneuern. Und mit diesen Methoden hat man dann letztendlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, so muss man das mal sagen, weil in der Wissenschaft gibt man dann auch immer den Fehler mit an, unter der Berücksichtigung des hohen Fischgehaltes und dadurch, dass dann mehr von dem radioaktiven Kohlenstoff schon abgebaut ist. Insofern immer Fisch essen, dann wird man ein bisschen älter, wenn man ausgegraben wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Also man hatte, das wusste man auch, es mit einem Mann zu tun, der ungefähr bei seinem Tod so um die 30 gewesen ist. Auch das passte. Genau. Und mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit 1455 bis 1540 gestorben ist. Das heißt, was wir hier an dieser Stelle zunächst mal feststellen können, man konnte nicht ausschließen, dass es sich bei dem Leichnam um Recher den Dritten gehandelt hat. Das alles ist immer noch kein Beweis gewesen. Wäre hier etwas anderes herausgekommen, wäre es aber ein Ausschluss gewesen. Hier sieht man auch nochmal sehr schön, wie Wissenschaft funktioniert. Ein Test nach dem anderen, eine Überlegung nach der anderen, um letztendlich im Ausschussverfahren sicherzustellen, ob eine Hypothese weiter tragfähig ist oder nicht. Ganz, ganz eindeutig. Wäre das die Knochen einer Frau gewesen? Wäre das Thema vorbei gewesen? Wäre er... Wäre er 100 Jahre älter gewesen auch? Also... Also da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Wissenschaft arbeitet. Also wir haben es immer noch im Rennen. Und jetzt war natürlich die spannende Frage, kann man DNA-Material gewinnen aus den Knochen? Und wenn ja, mit wem vergleicht man denn jetzt dieses DNA-Material? Und auch hier wieder der Fall zu sagen, naja, vielleicht gibt es ja Verwandte von dem, ganz dichte Blutsverbande, die irgendwo begraben sind. Dann machen wir mal die Gräber auf und testen das. Und das funktioniert halt auch wieder aus verschiedenen ethischen Gründen nicht. Gerade so Königsgräber sind auch irgendwie dann auch in... quasi staatlicher Obhut. Also extrem schwierig, diese Gräber zu öffnen. Also kann man ja sagen, gut, in Großbräkantin mit so einem Adelshaus, alles war fein säuberlich aufgezeichnet. Benedict Cumberbatch, Nachfahre von Richard III. Prima, machen wir doch einen G-Test mit Benedict Cumberbatch und testen, ob das zusammenpasst. Und auch hier muss man sagen, so funktioniert diese forensische Genetik dann leider auch wieder nicht. Das Fass möchte ich nicht aufmachen, weil ich mich verplaudere. Da müssten wir vielleicht noch mal mit Cornelius Kurz oder so reden. Oder jemand hört in die Folge über Jack the Ripper, die wir mit Cornelius aufgenommen haben, rein, wo wir über diesen Schal sprechen, den man entdeckt hat und die DNA-Spuren, die es da vielleicht gibt oder auch nicht gibt. Geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt also, man muss zunächst mal einen bestimmten Nachkommen identifizieren, an dem man dann so eine DNA-Analyse durchführen kann. Das kann man auf der mütterlichen Seite und auf der väterlichen Seite machen. Väterliche Seite ganz, ganz fehlerbehaftet, ganz, ganz schwierig. Mütterliche Seite etwas eindeutiger. Wenn man das mit einer Person macht, auch schwierig. Besser wäre es, man hätte zwei Nachfahren, die man zunächst mal miteinander vergleicht. Dann weiß man, guck mal, die beiden sind schon aus dieser Blutslinie und wenn diese Blutslinie dann noch mit den Knochen verwandt wäre, dann hätte man Richard den dritten gefunden. Klingt einfach, ist aber dann auch nicht so einfach, weil wer sagt uns denn eigentlich, dass die Stammbäume, die so aufgemalt sind, auch stimmen? Das heißt, es gibt irgendwo zwischen einer Million und 17 Millionen mögliche Nachfahren von Richard den dritten, wohlweislich, dass er selber kinderlos war. Das macht die Sache ziemlich kompliziert, also kommt eine weitere wissenschaftliche Disziplin jetzt hinzu. Also wir hatten Archäologen, wir hatten Knochen-Experten, wir hatten die Historiker mit den Quellen, Historiker mit den Quellen, jetzt hatten wir die Radiokarbon-Experten mit der Altersbestimmung. Jetzt haben wir einen Genealogen, der also nochmal ganz intensiv die Stammbäume von Richard den dritten verfolgt hat und zwar in einer Art und Weise verfolgt hat, die es für die Genetikerin, die dann mit ins Spiel kam, Dr. Thierry King ihr Name, überhaupt Personen zu identifizieren, die heute noch leben und an denen eine derartige Genanalyse überhaupt möglich ist. Das ist auf der mütterlichen Seite bei zwei Personen gelungen. Eine wollte anonym bleiben und ein Herr war ein, oder ist ein in London arbeitender Kanadier, den man dann aus, finde ich, gemacht hat, ein gewisser Herr Ibsen und der hat auch tatsächlich dann den Test machen lassen. Wir lassen uns ganz kurz nochmal, bevor wir auf das Ergebnis eingehen, nochmal ein weiteres kleines Problem nochmal deutlich machen. Selbst wenn wir diese Stammbäume genau identifiziert haben, also bei der mütterlichen Linie relativ eindeutig, weil die Mutter eigentlich weiß, wer ihr Kind ist, bei der väterlichen Linie gibt es, wie wir ja alle wissen, Unsicherheiten, weil nicht jedes Kind, das formal einen Vater hat, dieser Vater auch der biologische Vater dieses Kindes ist. Also, und gerade so in Adelshäusern, sowohl bei Männern, als auch bei Frauen, war das mit der Treue nicht sonderlich anders, als es heute ist. Und insofern hat es dann tatsächlich auch im Rahmen dieser Analyse einen Fall gegeben, wo es in einem der Stammbäume, der väterlichen Linie, offensichtlich ein Kuckuckskind gegeben hat und einer von den fünf identifizierten Nachkommen zwar formal ein passender Nachfolger von Richard III. war, aber nicht mit den vier anderen verwandt war genetisch. Das heißt, da ist wahrscheinlich der Milchmann oder der Postbote einmal vorbeigekommen, irgendwann in dieser Familie und damit ist einer rausgefallen an der Analyse. Also, auch hier sehen wir wieder, dass das Wissen, das grundsätzliche Wissen darum, dass man eine DNA-Analyse machen kann, dann in der wissenschaftlichen Ausführung deutlich komplexer und deutlich komplizierter ist, um eine eindeutige Aussage zu machen und nicht nur, weil es auf dem Papier genealogisch die passende Verwandtschaft gibt, muss es auch heißen, dass es wirklich die richtige Verwandtschaft ist. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wie man also diese Personen identifiziert hat und wir können auch an der Stelle nochmal erwähnen, dass an der Universität von Leicester auch der DNA-Fingerabdruck letztendlich erforscht und entwickelt worden ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, das wird immer der University of Leicester angerechnet, dass dort der DNA-Fingerabdruck ja sozusagen forscherisch erfunden oder entdeckt worden ist. Genau, wobei letzten Endes an der Testreihe nicht nur Leicester beteiligt war, sondern auch die Universität Potsdam zum Beispiel. Also auch da hat man dann geholfen. Und um auch da wieder sicher zu gehen, macht man auch so einen DNA-Vergleich nicht nur mit einer Universität, sondern auch hier wieder wird das natürlich anonymisiert und in diesem Fall besonders brisant. Und was hat man rausgefunden? Also, Michael Ibsen und die damals noch nicht öffentlich genannt wortende Nachfahren von Richard III. waren miteinander verwandt über die mütterliche Blutslinie Nachfahren von Richard III. In der 17. Generation. Ich meine, es war die 17. Die entscheidende Frage war jetzt natürlich, wenn diese beiden miteinander verwandt sind, sind sie mit den gefundenen Knochen genetisch verwandt? Und ja, tatsächlich war es so, dass die Knochen, die man gefunden hat, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit verwandt waren. Das heißt, hier haben wir eine Verwandtschaft gehabt. Und das ist dann im Februar 2013 verkündet worden. Vielleicht noch ein Gedanke dabei, väterliche Linie hat nicht funktioniert, da ist aber auch die Fehlerwahrscheinlichkeit extrem hoch. Und was man im Rahmen dieser DNA-Analysen auch immer noch macht, es gibt ja internationale Datenbanken tatsächlich von solchen DNA-Analysen, in denen nicht die ganzen DNA-Stränge von Menschen gespeichert sind, aber bestimmte Markerwerte. Und man kann dann natürlich auch nochmal schauen, wenn das diese DNA, die man dort gefunden hat, bei den beiden Nachfahren und bei dem Skelett, was dann in Leicester unter dem Parkplatz gelegen hat, eine maximal häufige DNA-Typ gewesen ist oder gewesen wäre, wäre man sehr, sehr vorsichtig gewesen. Aber der DNA-Typ oder die DNA-Struktur, die man gefunden hat, war eine extrem selten auftauchende DNA-Struktur und trotzdem gab es die Beeinstimmung. Wenn man jetzt alle Dinge von den historischen Quellen über die Knochen-Struktur, die historischen Beschreibungen, die passende Zeit und die DNA-Analyse zusammennimmt, dann kommt man zu dem Schluss, den auch die Universität von Leicester dann unter ihrem Chefarchäologen Richard Buckley gezogen hat, nämlich am 4. Februar 2013, das mit maximal hoher Wahrscheinlichkeit und kaum Gründen daran zu zweifeln, das Skelett von Richard III. gefunden wurde. Und das muss man sich nochmal klar machen, unter einem Parkplatz über 500 Jahre später, obwohl es Quellen gab, die etwas anderes besagten, hat man eben in den ersten Tagen der Grabung im ersten Graben dieses Skelett gefunden, was dann der Jackpot gewesen ist. Also das ist im Prinzip, ein Sechser im Lotte beschreibt das eigentlich schon gar nicht mehr, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr gering war. Also es haben auch viele im Prinzip ihr Glück gar nicht fassen können, die da beteiligt waren, dass man tatsächlich erfolgreich gewesen ist. Und dieser Krimi, der sich da abgespielt hat, hat dann auch noch Konsequenzen gehabt, die sozusagen die Geschichtsschreibung einschließlich Shakespeare's Werken tatsächlich teilweise umschreiben mussten. Man hat dann weitere Analysen gemacht, man hat festgestellt, wo er gelebt hat, Richard III., wie er sich in den drei Jahren vor seinem Tod und in den zwei Jahren, als er König war, ernährt hat. Und man konnte letzten Endes seine letzten Tage rekonstruieren, man konnte nachweisen, wie das mit seiner Erkrankung, da werden wir sicherlich gleich nochmal genauer darauf eingehen, wie das mit seiner Erkrankung tatsächlich gewesen ist. Das heißt also, man hat dann mit einem Schlag tatsächlich die Antworten auf wahnsinnig viele Forschungsfragen gefunden. Richard III. ist, um das noch kurz zu sagen, und dann gehen wir nochmal auf die Details an, am 22. März 2015 in der Kathedrale von Leicester beigesetzt worden, in einer großen Zeremonie, er war zunächst aufgebahrt, ein schlichter Sarg, man hat die Gebeine auch nochmal raus nach Bosworth gefahren und quasi, ja ihm fast schon so ein Triumphzug, im Gegensatz zu dem Zug der Schande, da können wir gleich nochmal auf die Verletzung nochmal eingehen, nochmal geliefert und hat ihn dann beigesetzt und ihr merkt schon 2013 war die Bestimmung klar, es handelt sich um Richard III. und 2015 dann erst, also etwas mehr als zwei Jahre später im März wurde dann erneut beigesetzt. Was ist in der Zeit dazwischen geschehen? Ganz profan kann man sagen, ein Riesenrechtsstreit. Ja, das war eigentlich sollte er ja gar nicht in Leicester beigesetzt werden, weil das war ja eigentlich Schimpf und Schande, er hätte eigentlich in York beigesetzt werden müssen, weil in Leicester ist er ja nur beigesetzt worden, um ihn reinzudrücken, weil da gehörte er gar nicht hin. Warum sollte man ihn also jetzt in Leicester beisetzen? Fand York ziemlich kacke, in Leicester war man der Ansicht, naja, hat ja eh gelegen, wir haben ihn gefunden, also setzen wir ihn bei. Das hat man in der schönen Stadt York, die übrigens wunderschön ist, in Leicester waren wir noch nicht, hier in New York waren wir schon mal eine tolle Stadt, ganz anders gesehen, was tat man? Man zog vor Gericht und das hat ziemlich lange gedauert zum einen und solange wie man vor Gericht lag und entscheiden musste tatsächlich richterlich, wo Richard der Dritte denn jetzt beigesetzt werden soll, konnte natürlich die Wissenschaft die Zeit nutzen, nicht nur wegen der Gerichtsverhandlung, sondern man war natürlich dann jetzt interessiert, weitere Untersuchungen durchzuführen und natürlich sehr genau, wie du schon gesagt hast, nochmal ein Licht auf diesen letzten Plantagenet König zu werfen und was wir unterschlagen haben tatsächlich neben den Punkten, die dazu eindeutigen Identifizierung geführt haben, ist auch nochmal das Verletzungsmuster, was man gefunden hat. Je nach Quelle, je nachdem, wo man reinguckt, also wir haben den, der Joe Appleby mal gelauscht bei einer, bei einem Vortrag, bei der öffentlichen Pressekonferenz, da sprach sie von elf Verletzungen insgesamt, die man am Skelett am Ende identifizieren konnte, der deutsche Wikipedia-Artikel sagt zehn, andere Quellen sagen elf. Ich sage jetzt mal, die Pressekonferenz, die wir gesehen haben mit Joe Appleby, da sagt sie, es waren elf Verletzungen. die meisten davon am Kopf. Neun am Kopf, zwei am Körper und interessanterweise zwei Verletzungen, also eine sehr, sehr große hinten am Schädel, ich habe das vorhin schon mal beschrieben, die tatsächlich weite Teile der Hirnschale weggeschlagen haben, das Hirn freigelegt haben und so ein großes Trauma verursacht haben, dass er gestorben ist. Es ist nicht ganz klar bis heute, was es für eine Waffe gewesen ist. Das könnte eine Axt oder eine Hellebarde gewesen sein. So genau kann man das nicht mehr sagen. Eine zweite Verletzung auf der anderen Seite des Schädels, so in Nähe des Hirnstamms, die auch ein Loch in den Schädel geschlagen hat und dann quasi bis auf die andere Seite so quer einmal über das Rückenmark, quasi so, aber nicht Rückenmark, sondern schon im Schädel drin stattgefunden hat. Auch hier eine tödliche Verletzung, mehrere Verletzungen, die sozusagen Teile des Schädels weggenommen haben. Da muss man sich also vorstellen, wenn man den Hinterkopf hat, dass da so ein Stück Kopf abgeschnitten worden ist und gleich ein Stück Knochen mitgenommen worden ist. Also auch extrem heftige Verletzungen und einige ganz kleine Verletzungen im Gesicht. Auch hier das Verletzungsmuster generell. Also zunächst mal Beleg dafür, dass wenn dieser, also Schlachtverletzung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ohne Helm. Denn mit einem Helm hätte so eine tödliche Wunde in der Form nicht zugefügt werden können. Also nicht nur ist Richard der Ritte eventuell von seinem Pferd getrennt worden im Rahmen der Schlacht, hence das Zitat. Da sind wir dann tatsächlich bei einem Zitat, was sozusagen den Tatsachen entspricht. Er muss irgendwann ja gefallen sein, abgestiegen sein. Man weiß es nicht. Es wird oft jetzt so geschildert, als sei sein Pferd im Schlamm stecken geblieben. man weiß, dass er versucht hat in einem todesmutigen Ritt sozusagen zu Henry vorzustoßen, um dann halt Henry Tudor seinen Erzrivalen und Widersacher zu erledigen und das hat er dann nicht mehr ganz geschafft. Er ist überwältigt worden. Das Gesicht wenig verletzt, trotzdem verletzt und hier sagen dann natürlich heute die Archäologen, wenn man denn dann den rivalisierenden König den Hochverräter, wie es dann die Geschichtsschreibung hinterher bedeutet hat, erledigt hat, dann will man ja hinterher auch beweisen, dass man ihn erledigt hat. Das heißt, so ein Kriegshammer ins Gesicht, wo das Gesicht dann so zerstört ist, dass den keiner mehr erkennen kann, ist schwierig. Also erklärt das schon mal, warum die meisten Wunden sich am Hinterkopf befinden? Man muss sich dann aber schon fragen, warum denn so viele Wunden? Und was man dann gefunden hat, ist eine Wunde, die ja im Prinzip von seiner Popacke an aufwärts durch die Hüfte geführt worden ist? Genau, den Beckenknochen verletzt hat und da konnte man sich erst nicht so wirklich erklären. Also er hat im Kampf wohl seine Rüstung noch angehabt, sonst hätte er mehr Verletzungen an den Armen und Beinen gehabt, also das dann wohl schon, aber man hatte halt diese merkwürdige Verletzung am Becken und da hat man dann hinterher die Theorie entwickelt, dass er wohl, er ist ja wohl ausgezogen worden, um ihn zu demütigen, man hat ihm also seine Kleider genommen, man muss ihn dann übers Pferd gelegt haben, also die Arme auf der einen Seite, die Beine auf der anderen, so quer über den Sattel und hat ihn dann wohl in die Stadt Lester überführt, in Schimpf und Schande und bei dieser Gelegenheit müssen ihm wohl weitere Verletzungen zugefügt worden sein, die wirklich rein der Demütigung dienen, unter anderem eben wohl auch ein Stich durch die rechte Po-Backe in der Nähe des Rektums. Und auch offensichtlich ein Dolchstich im Gesicht, der dann den Wangenknochen durchschlagen hat, natürlich kann man heute nicht mehr sehen, dass er eine Dolchverletzung im Gesicht hat, aber der Wangenknochen an einer Stelle verletzt, passend, wie man dann heute nachhalten kann, zu einer Dolchverletzung, das sind tatsächlich Dinge, die ja nicht unüblich im Mittelalter gewesen sind. Das heißt, diese demütigen Verletzungen, jetzt muss man sich vorstellen, der besiegte Hochverräter wird aufs Pferd gebunden und dann von Bosworth aus langsam nach Lester gebracht und da wird es vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, nach so einer Schlacht, der dann nochmal mit dem Schwert ihm eins übergebraten hat, Verletzung am Kopf denkbar, das Gesicht, jetzt spekuliere ich sehr, sehr, sehr doll, aber natürlich, wenn er übers Pferd gebunden ist, ist das Gesicht ja zum Pferdekörper, genau, aber ganz prima am Hinterkopf nochmal draufhauen. Die Pobacke ziemlich exponiert ist wahrscheinlich. Genau, und insofern auch diese Analyse der Verletzungen an den Knochen auch nochmal ein Indiz, dass das, was in den historischen Quellen beschrieben steht, zu dem gefundenen Skelett passt. Was hat man noch weiterführend untersucht? Zunächst mal natürlich die entspannende, nicht die entspannende, sondern die spannende Frage, war er buckelig und hatte er einen verkrüppelten Arm? Das zweite vorweggenommen, die Unterarmknochen, die Oberarmknochen gleich lang, es war relativ eindeutig, dass er keinen verkrüppelten Arm gehabt hat. Was wir bei der Beschreibung des Skeletts vergessen haben, fällt mir gerade ein, ist, dass man die Füße niemals gefunden hat. Richtig, die sind bis heute weg, man weiß es nicht. Ob irgendwie das Grab gestört worden ist, wie auch immer, sie sind futsch. Das Rückgrat war verkrümmt, das hatte man bei Auffinden des Skelettes festgestellt sofort, wies auch eine recht starke Krümmung auf. Und nun war die große Frage, um was für eine Erkrankung handelt es sich und wie hat sie sich niedergeschlagen in seiner Erscheinung und in seiner Art und Weise, wie er oder vielleicht auch nicht kämpfen konnte in der Schlacht. Kurzum, man hat festgestellt, dass es sich wohl um Skoliose gehandelt hat, die so ab dem zehnten Lebensjahr ungefähr eingesetzt hat. Die Arme, das hattest du eben beschrieben, hatten wohl keine Missbildungen, das hat man dann auch recht festgestellt. Es war wohl so, dass die, Moment, jetzt muss ich überlegen, die rechte Schulter etwas höher war als die linke Schulter. Das aber, und da finde ich jetzt wahnsinnig spannend, was die angewandte Archäologie sozusagen herausfinden konnte. Man hat aber festgestellt, dass diese Verkrümmung der Wirbelsäule ihn nicht daran gehindert hat, in der Schlacht zu kämpfen, zumal vom Pferderücken aus zu kämpfen. Also da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz sagen, tatsächlich hat er Skoliose gehabt, also das Rückgrat vermutlich so um die 80 Grad gekrümmt. Wir werden euch Dokumentationen in Englisch in dem Fall verlinken, aber auch den deutschen Wikipedia-Artikel, wo man zumindest mal so ein Foto sieht. Und man muss tatsächlich davon ausgehen, dass das Rückgrat tatsächlich so stark verkrümmt gewesen ist. Das heißt, aber wenn er Kleidung per se getragen hat, hat man es nicht wirklich gesehen. Das ist der erste Aspekt. Er war nicht wirklich bucklig. Auf keinen Fall. Was aber so eine Skoliose, so eine Wirbelsäulenverkrümmung häufig beinhaltet, wenn sie nicht behandelt wird, ist tatsächlich, dass der gesamte Brustkorb verschoben ist. Das heißt, jemand hat nicht das Lungenvolumen, was seiner Körpergröße entsprechen würde und ermüdet sehr schnell. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, und das war eine große Frage der Wissenschaftler und der Archäologen, Richard III. als Kämpfer beschrieben, als jemand, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist, der aber schon bevor der gekrönt wurde, durch Kampfesmut hervorgetan hat. Wie kann das zusammenpassen? Wie kann so jemand mit einer so starken Wirbelsäulenverkrümmung, die heute wird so etwas häufig operativ, mit Sterben, begradigt, sodass es gar nicht zu so einer schlimmen Deformation kommen kann. Das war natürlich damals alles nicht möglich. Wie kann er trotzdem so ein Kämpfer gewesen sein? Mit Rüstung, mit schweren Waffen, auf dem Pferd. Das kann nicht funktionieren. Das war ein großes Rätsel, was die Wissenschaft beschäftigt hat. Es war relativ eindeutig, dass, nicht relativ, es war zu 99,9999999% klar, dass es sich um Richard III. gehandelt hat. Und das ist das, was du jetzt gerade meinst, angewandte Archäologie, angewandte Wissenschaften. Es hat sich dann ein junger Informatiklehrer aus Großbritannien gemeldet, der sagte, hm, hab mir diese Fernsehdoku angeguckt, hab das Rückgrat gesehen und der junge IT-Lehrer Dominic Smee, der auch noch Re-Enactor ist, der auch noch Mittelalter-Re-Enactor ist, in Bosworth, ob das für die Fernsehdoku ist, leider immer dahingestellt, aber die Doku, die wir gesehen haben, berichtet das zumindest, sagt, Mensch, guck mal, so sieht meine Wirbelsäule aus. Man muss wissen, dass Dominic Smee sich nicht hat operieren lassen. Der Grund wird als medizinische Gründe angegeben, das müssen wir mal so hinnehmen. Und er hat gesagt, ich stelle mich gerne zur Verfügung, weil meine Wirbelsäule sieht so aus wie das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Wir können ja mal gucken, ob ich kämpfen kann und ob ihr was mit mir anfangen könnt. Und dann beginnt eine sehr, sehr interessante weitere Geschichte, die dann gar nicht mehr so viel mit den eigentlichen Knochen zu tun hat. Die Knochen sind vermessen worden, es sind 3D-Modelle, auch des Rückgrats erstellt worden. Man hat eine Plastik angefertigt, also man hat sozusagen das Gesicht von Richard, dem Dritten, rekonstruiert. Da auch noch so ein kleiner Exkurs, man hat erst dunkle Augen, dunkle Haare hinterher festgestellt, dass es wohl doch eher blonde Haare waren oder relativ helle Haare und blaue Augen. Also da hat sich auch noch mal in der Forschung ganz viel getan. Übrigens ein ganz wichtiges Thema, auch das können wir vielleicht irgendwann nochmal bei Huxilla hier behandeln, die ethische Komponente der Option anhand von DNA-Spuren mit über 95%iger Sicherheit die Augenfarbe von einer Person festzustellen. Warum ist das eine ethische Frage? Denken wir an Vergewaltigungsopfer, die ihren Täter nicht beschreiben können. Je weiter wir in der DNA-Analyse gehen, können wir gewisse körperliche Merkmale wie Haarfarbe und Augenfarbe anhand von DNA-Spuren erbilden. Es gibt Länder in der Welt, die lassen das schon zu im Rahmen der Kriminalistik. In Deutschland ist das noch nicht zugelassen. Also auch ein ganz spannendes Thema. Hier hat man es gemacht und hat dann eben die Gesichtsrekonstruktion von Richard III. zunächst angefertigt und hat dann nach weiteren DNA-Analysen die Augenfarbe geändert und die Haarfarbe angepasst. Ja, und jetzt hatte man also diesen Re-In-Actor slash Informatik-Lehrer und hat angefangen mit ihm zu trainieren und hat ihm vor allen Dingen eine Rüstung angepasst, rekonstruiert natürlich nach den Vorbildern und nach den Maßgaben, wie sie eben zu dieser Zeit geherrscht haben. Und da muss man sich auch noch mal ganz klar machen, der Adel, der zu dieser Zeit auf dem Schlachtfeld kämpfte, mit einem Schlachtross und mit einer Rüstung, hatte da Werte an sich und um sich herum, die mit Luxuslimousinen vergleichbar waren. Also ein gut ausgebildetes Schlachtross ist schon mal nicht mehr als Kleinwagen zu beschreiben, sondern das ist schon ein größeres, ziemlich teures Auto, wenn man so will. Und die Rüstung, die natürlich absolut auf die körperlichen Bedürfnisse angepasst wird, bequem sein muss und schützen muss, ist natürlich auch wirklich ein Kunstwerk und ein absolutes Meisterwerk. Kurzum, man hat das also alles mit ihm veranstaltet, man hat ihm eine Rüstung angepasst, speziell auf seine körperlichen Bedürfnisse zugeschnitten und hat festgestellt, dass die Rüstung, da sie gut gemacht war, ihn nicht etwa behindert hat, sondern sozusagen ihn sogar ein bisschen gestützt hat. Und was für die Menschen, die mit ihm trainiert haben, absolut verblüffend war, war die Tatsache, dass in dem Augenblick, wo er im Sattel gesessen hat und da eben nicht in einem normalen englischen Reitsattel, sondern in einem mittelalterlichen Holzsattel, hat er so viel Stützung der Wirbelsäule erfahren, dass er eben wahnsinnig gut kämpfen konnte und die Aufgaben, die er meistern musste, also den Turnieren nachempfunden und eben auch den Schlachtverläufen nachempfunden, dass er das eben erledigen konnte und zwar richtig gut. Das heißt also jemand, also er auf dem Pferd durchaus schlachtenfähig gewesen, dass die Rüstung übrigens auch durch Crowdfunding finanziert werden musste, weil der Aufwand die Rüstung anzupassen, dann doch auch wieder hier die Forschungsmüll überschritten hat und man tatsächlich eine Facebook-Seite auch unter anderem gegründet hat, die dann Dominik Smee die Rüstung hat finanzieren lassen und den Forschern, die das Thema interessiert. Das ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte und da können wir uns wieder Gedanken darüber machen, warum es eigentlich nicht genug Geld für Forschung, für spannende Forschung tatsächlich gibt. Aber ja, damit war dann auch am Ende, zumindest in Teilen, klar, wenn jemand von Kindesbeinen an entsprechend trainiert wird, dann kann er auch mit einer so starken Skoliose auf dem Schlachtfeld etwas bewegen. Was man übrigens auch noch rausgefunden hatte, war, dass er wohl immer eine sehr, sehr proteinhaltige und einem hohen Standard genügende Ernährung gepflegt hat während seines Lebens. In den letzten drei Jahren ist dann relativ viel Fleisch in seiner Ernährung zu finden und vor allen Dingen wahnsinnig viel Wein. Also man muss wissen, die Menschen damals haben hauptsächlich Ale getrunken. Man ist nicht etwa zum Brunnen gegangen und hat sich da irgendwie mal ein Glas Wasser geholt oder so, weil das Wasser oftmals so verschmutzt war, dass man es einfach nicht gefahrlos trinken konnte, sondern man hat eben Ale getrunken, einfach wenn man Durst hatte. Bei ihm ist allerdings zusätzlich zu dem Ale noch, so haben die Forscher herausgefunden, ungefähr eine Flasche Wein pro Tag hinzugekommen. Also der gute Richard war dem Alkohol in seiner Königszeit doch durchaus sehr zugeneigt. Und man hat Spuren entdeckt an den Knochen, die darauf hindeuten, dass er massiv an Bandwürmern gelitten hat, auch etwas, was in der damaligen Zeit nicht unüblich war. Also gesundheitlich keine schöne Zeit das Mittelalter gewesen und wir können also heute festhalten, dass tatsächlich nach über 500 Jahren die Gebeine von Richard III. gefunden worden sind, dass das historische Erscheinungsbild heute relativ genau beschrieben werden kann, dass es auch klar ist, dass er trotz seiner körperlichen Einschränkung auf dem Schlacht Welt sich behaupten konnte und somit die historische Figur heute in einem ganz anderen Licht dasteht, viel klarer dasteht, viel weniger von fiktiven Beschreibungen Shakespeare ist 100 Jahre nach dem Tod, einigen kleinen Quellen, die man gefunden hat, historischen Quellen, wo man gesagt hat, naja, aber das passt alles nicht so zusammen, der eine sagt so, der andere sagt so, jetzt hatte man die Knochen, man hat mit angewandter Archäologie modernen Forschungsmethoden ein ganz anderes Bild gewonnen und die historische Figur Richard III. ist deutlich mehr in den Vordergrund getreten und das alles wegen einer völlig absurden Idee in Leicester auf einem Parkplatz zu graben in der Hoffnung, zumindest von Philippa Langley, Richard III. zu finden. Ich finde diese Geschichte einfach nur völlig irre. Und wir werden euch unter dieser Episode eine ganze Reihe von YouTube Quellen auch verlinken, das ist leider alles englisch sprachig, wenn ihr selber deutschsprachige Dokus zum Gucken findet, schickt uns das gerne, dann ergänzen wir das, die Kommentarfunktion funktioniert immer noch nicht, wir reden mit unserem Dienstleister aktuell darüber, also Kommentare bitte per E-Mail und ansonsten natürlich auch der Wikipedia-Artikel, da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wir werden mal den Deutschen und Englischen verlinken und ansonsten anhand der Berichte vielleicht auch mal auf der Seite der Universität zu Leicester gucken, da gibt es sicherlich auch noch eine Information. Was wir auf jeden Fall empfehlen können ist die Doku, die wir verlinken werden, dann gibt es noch einen Vortrag von Dr. Thury King, der das wirklich dieses Projekt nochmal, was die DNA-Analyse angeht, wirklich extrem detailliert aufdröselt, also da gibt es wirklich Quellen, wenn man die alle sich zu Gemüte führt, dann ist man umfassend informiert über dieses Projekt. Genau, wir werden einfach auch die gesamte Seite von der Entdeckung von der Universität auch noch mal mit verlinkt, da habt ihr ganz viel, da sind es gerade die wissenschaftlichen Publikationen. Genau, in peer-reviewten Magazinen sozusagen oder Fachzeitschriften hat man natürlich auch die Forschungsergebnisse veröffentlicht. Genau, peer-review heißt, man reicht es ein, das kenne ich gerade selber aus meiner Aktivität bei einer wissenschaftlichen Zeitung und dann liest sich das ein Herausgeber zunächst mal durch, ein Editor und sagte nicht, das ist ein toller Artikel, den drucken wir, sondern gibt das dann anderen Experten weltweit aus dem gleichen Fachgebiet, die das dann auch noch mal gegenlesen und dann ihr Urteil darüber abgeben, ob das wissenschaftlich sauber genug gearbeitet ist, als dass es veröffentlicht werden kann. Deswegen peer-review, also untergleichen begutachtet und all die Forschungsergebnisse, die wir hier euch geschildert haben, sind peer-reviewed und insofern auch hier noch mal ganz klar, dass es kaum Zweifel gibt, oder eigentlich gar keinen Zweifel gibt, dass es sich um Richard den Dritten gehandelt hat. Wir hoffen euch mit diesem historischen Krimi und dieser Figur einfach nochmal auch gezeigt zu haben, wie spannend so das wissenschaftliche Ausschlussverfahren sein kann, wie spannend die Geschichte rund um Richard den Dritten ist und als wir das Thema uns gesetzt hatten, weil wir auch damals natürlich die Pressemitteilung mitverfolgt haben, fanden wir das interessant und je länger wir recherchiert haben für diese Episode, desto mehr haben wir im Netz rumgesucht und haben dann gesagt und hier ist noch eine Doku und das gucken wir uns an und hier ist noch eine interessante Quelle und das alles zusammenzuführen, das war extrem spannend und die Herangehensweise, die wir ja immer empfehlen und wir geben euch jetzt hier den Ausgangspunkt und dann fangt selber an zu recherchieren über die spannende Geschichte von Richard III, dem letzten König Großbritanniens, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Und jetzt muss man noch gleich mal aufklären, ob denn jetzt Benedict Cumberbatch auch ein Knight in Shining Armor eventuell im echten Leben ist. Die Auflösung Ja, ist Sherlock Holmes alias Benedict Cumberbatch auch Alias Doctor Strange darauf lege ich Wert. Jawohl, auch im echten Leben ein Held und hat einen Deliveroo Lieferanten vor vier Gaunern bewahrt. Ja, diese Geschichte stimmt tatsächlich. Es gibt hier einen Artikel vom 1. Juni 2018 von The Telegraph, wo das eben beschrieben wird. Ein paar Straßen weiter von der Baker Street, wo er also auch Sherlock Holmes dreht öfter mal und tatsächlich war es so, dass er eben mit dem Uber unterwegs gewesen ist mit seiner Frau und dann eben das gesehen hat, dass da was nicht stimmt und dass dieser junge Mann irgendwie ihn bedrängt ist und dann ist er rausgesprungen und hat ihn verteidigt. Er soll wohl auch sich selber ein bisschen verteidigt haben, weil die natürlich irgendwie auch so ein bisschen prügeln wollten, diese vier Verbrecher. Es hat keine Verhaftung gegeben in dem Fall, die sind dann einfach weggelaufen, diese vier Leute und er hat hinterher gesagt, naja, ich konnte halt nicht anders, ich musste da irgendwas machen, wobei die Leute ihn natürlich ganz schön als Helden gefeiert haben und ich weiß nicht, ob ihm das Ganze ein bisschen unangenehm war, aber auf jeden Fall hat er da seiner Meinung nach seine Bürgerpflicht getan und jemanden vor allem Verbrechen bewahrt und ja, insofern die Geschichte stimmt tatsächlich und ich finde sie sehr, sehr schön und sie wirft ein sehr, sehr positives Licht auf den Schauspieler. Damit sind wir am Ende der 219. Episode von Hoaxilla und wenn ich diese Zahl war, dann wird mir mal schummrig, wie viele Episoden wir schon gemacht haben und ihr merkt, es gibt immer noch Themen und es wird auch noch zwei Episoden im Dezember geben. Aktuell habt ihr, heute ist Mittwoch, noch bis Sonntag Zeit am Gewinnspiel, am aktuellen teilzunehmen und den Thriller, ein Spiel für Gewinner von den beiden sympathischen Autorinnen Sarah Wedler und Nadine Darascha zu gewinnen und wir können jetzt schon sagen und wir können das nicht garantieren, dass das immer so ist, aber auch im Dezember wird es nochmal ein Gewinnspiel geben und wenn da alles gut geht und die Post mitspielt, werden wir das alles so timen, dass dann die Gewinner dieses Gewinnspiels im Dezember tatsächlich unter Weihnachtsbaum dann auch eventuell schon den Gewinn liegen haben werden. Insofern, das macht uns gerade extrem viel Freude, das wieder alles zu organisieren, damit auch euch, der Community, ein bisschen was zurückzugeben für die viel, viel Unterstützung, die wir nach wie vor erfahren und ich habe das dieser Tage schon einmal über Twitter mitgeteilt. Das sind jetzt inzwischen über 200 Menschen, die uns regelhaft monatlich finanziell unterstützen. Wir sind noch nicht ganz da finanziell, wo wir eigentlich sein müssten. Wir müssen mal gucken, wie die nächsten Monate sich entwickeln. ganz grob fehlen uns, wenn sie uns jeweils einen Euro geben, würden ja schon noch so 300 Leute. Bei den Hörern, die wir haben, vielleicht kann der eine oder andere nochmal sagen, Mensch komm, einen Euro im Monat habe ich über und sich das doch nochmal angucken mit der finanziellen Unterstützung, weil das uns unsere Arbeit extrem erleichtert, bei Hoxler und vor allen Dingen Alexa Selbstständigkeit weiterträgt und dann können wir auch weiter tolle Episoden vorbereiten und was sich auf jeden Fall herauskristallisiert ist, dass wir wieder eigentlich mit jeder Folge mehr Bock haben, Hoxler zu machen und immer, wenn wir sagen, ach komm, diesmal wird die Folge ein bisschen kürzer, ist das eher nicht so der Fall. Also ich glaube, so die Menge an Content mit zwei Episoden im Monat passt und ja, vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Vielen Dank an alle, die uns Dinge von der Amazon-Mushlist schicken und vielen Dank an all die Leute, die auch mal bei Paypal draufklicken. Das ist alles total toll und wir sind völlig geflasht davon. Wir waren in Leipzig dieser Tage, das war eine schöne Veranstaltung mit vielen Leuten, das war richtig schön, mal wieder auf Hörer zu treffen, die dann hinterher auch sich mit uns ausgetauscht haben und mit denen wir auch noch viel gesprochen haben nach der Veranstaltung. Leute, denen ich seit Jahren irgendwie auf Twitter begegne, mal im echten Leben getroffen zu haben, das ist toll und Alex und ich sind tatsächlich am überlegen, 2019 auch wieder Hörertreffen aufleben zu lassen und das kündigen wir natürlich lange im Vorfeld an und dann hat man vielleicht mal wieder die Gelegenheit, auch direkt in den Austausch zu treten. Das finden wir sehr, sehr schön und vielleicht findet das auch der ein oder andere von euch schön. So, genug gelabert, wir entlassen euch jetzt in den Tag, in den Abend, in den Morgen, ins Wochenende, wie auch immer. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören. Alles Gute euch da draußen, natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben, aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.